Ja, schön und Metal, Leute. Ibn's wieder, euer Anni. Äh, Leute, was passiert? Der dritte Teil unserer guten Jackie ging auf die Cloud. Das hatte mehrere Gründe. Äh, ja. Der Link zur Cloud ist in der Videobeschreibung. Äh, genau wie zu vielen anderen geilen Kaspern. Also, Leute, alles. Guckt da mal rein. Äh, ja, Leute, was ist sonst noch passiert? Der Blog von Rainer. Hat der heilige Ofenkäse. Mein lieber Freund, der Ovi, der hat das schon gemacht. Der hatte schon was zugesagt. Junge, es grenzt schimmig irgendwie am Rande des Legalen. Also, schwierig. Mit schwierig meine ich, Bruder, das kann sich kein Mensch antun. Jeder andere, der sowas ins Hintergrund gerotzt hätte, hätte dafür einen Shitstorm-Marke-Extraklasse. Kassiert. Aber unser Berufsopfer, ne, ihr seht, er guckt auch ganz lässig. Kann ich mir nicht angucken. Weg damit. Äh, ja. Wenn man das bei unserem Berufsopfer machen würde, wäre das natürlich eine schlimme Art des großen M-Words. Und, äh, ja. Deswegen scheinen da Leute nicht drauf zu reagieren. Ich glaube, hätte das irgendein anderer YouTuber mit dieser Abonnentenanzahl gemacht, Junge, dann wäre es aber nach vorne gegangen. Ja, an unseren Reini traut sich keiner ran. Herr Solmicke. Solmicke, sein Christian. Reagieren Sie da doch mal drauf, bitte. Ist das wirklich noch legal? Oder gehört sowas verboten? Dankeschön. Viel Liebe geht raus. Ja, Leute. Wir gehen heute in Teil 4. Wie gesagt, Teil 3 haben wir hier auf YouTube übersprungen. Das könnt ihr auf der Cloud finden. Dort gibt es aber auch, äh, die ganzen, ne, das komplette Ding. Ohne meine dumme, mein dummeste Zwischengesammel. Könnt ihr da finden und zwar bei Annette im Ordner. Ne, bei der, da steckt so viel Arbeit drin, von, äh, dem lieben Trollindemann und der lieben Annette Mulle, äh, das könnt ihr euch da auch komplett geben. Ich soll von Fuddel ausrichten, bitte schaut es nicht auf der Cloud, sondern ladet es runter. Äh, dann ist die Auslastung nicht so groß. Schön runterladen. So. Ist noch was passiert? Ne. Ja, nur, halt mein kleiner Aufruf wäre, Solmicke, sein Christian, äh, vielleicht auch mal ein Unge oder so, der da mal was zu sagen kann. Vielleicht auch mal jemand, der den Reini in letzter Zeit ein bisschen verteidigt hat. Herr Kretschmann, sein Simon. Ich mag ihn eigentlich sehr gerne, aber vielleicht liest er sich das mal durch und überdenkt seine Worte dann nochmal. Ja. Vielleicht auch mal ein Justin Ero, den kenne ich übrigens, wollte ich mal sagen. Ich kenne Justin Ero. Äh, liebe ihr raus. Leute, wir gehen jetzt rein. In Teil 4. Der Aufnahme von Annette und Troll. Es ging darum, äh, aber ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Irgendworum ging es. Ich habe jetzt so 10 Sekunden zurückgespult. Achso, ja, Rainer, äh, bereitet sich gerade auf irgendwas vor. Auf eine Reise oder so. Okay. Wir gehen rein. Let's go. Oh, darf ich denn fragen, wo du gerade bist? Bei Mario im Keller. In ein Hotel in Ulm. In Ulm? Ich dachte, du wärst in München gewesen und auf dem Weg nach Nürnberg. Hä? Habe ich mich da vertan? Ähm, Ingolstadt. Sorry. Hä? Sorry, ich weiß auch nicht, wie ich auf Ulm kam. Er weiß nicht mehr, wen er gerade wie angeflunkert hat. Ne? Er erzählt, er wäre in Ulm. Er hatte aber erzählt, er wäre in München. Äh, bei einem Pärchen. Äh, mit, äh, Finger in Mischi. Und, äh, jetzt ist er in Ingolstadt. Also Ulm, München, Ingolstadt. Äh, in Wirklichkeit ist es der HSB-10. Im Keller von der Marion. Bin von München aus nach Nürnberg. In Ingolstadt mal geblieben. Heute Nacht geht es dann weiter. Wieso, hä? Wieso, hä? Rein, du hast erzählt, du wärst... Ach komm. Mach mich nicht schon wieder... Ich soll nicht so oft Junge sagen. Ich bin einfach verwirrt, weil du mir geschrieben hattest, dass du dich in München mit deiner Freundin und Ehemann getroffen hattest und dann nach Nürnberg wieder zurückgefahren bist in die Heimat. Und jetzt meinst du, dass du in Ulm bist und dann plötzlich in Ingolstadt. Also Jackie, da... Da muss man doch auch sehen, ne? Ulm, München, Ingolstadt, ähm... ASB, Madeira ist alles ein Fleck. Da kommt man schon mal durcheinander. Da weiß man nicht, wo man gerade ist. Ja, bin ich. Habe aber halt in Ingolstadt gemacht. Ach so. Ich bin ja auf dem Weg zurück. Na klar. Vom Frühstücken auf den Weg zurück in den Keller. Aber ich wollte eigentlich noch einen besuchen, aber das hat sich erledigt. Ist ja auch egal. Pass bitte auf dich auf und komm ja heil an, okay? Wie an... Wie vorsichtig das Wort an der der Heil ausgesprochen hat. Junge, Junge, Junge. Nicht Ulm. Das war mein Fehler. In Ingolstadt, sorry. Ja, ja, klar, 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 klar. In Ingolz-Moder. Marion. Bei Ulm habe ich mich selbst da vertan, weil es ist auch nett. Ich verwechsel die zwei immer, weil ich in den beiden Gegenden Freunde habe. Ja, ja, Ulm und Ingolstadt hört sich auch recht gleich an, ne? Haben auch gleich viele Buchstaben. Äh, ja. Natürlich. Mach ich immer. Okay, alles gut. Wie öfft dein Tag? Immer noch scharf auf deinen Chef? Dass man nicht einfach nur fragen kann, so, wie ist denn dein Tag? Nee, das kann er nicht. Es muss immer was Anzügliches dazukommen. Ganz gut, ich bin immer noch scharf auf meinen Chef. Wie kommst du eigentlich damit klar, dass er verheiratet, wenn du so Bock auf ihn, Hase, hast? Er kann wirklich nicht einmal bis jetzt. In dieser ganzen Zeit habe ich nicht einmal gesehen, dass das Wort WENN richtig geschrieben wurde. Und man sieht wieder, wie Reini gerade ein bisschen nervös wird. Wenn du so Bock auf ihn hast, Rrrr. Von 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wörtern sind 1, 2, 3 falsch geschrieben. Nicht schlecht. Mit Sina Frau kommst du ja sicher auch gut klar, wenn ich das korrekt verstanden habe. Und die schreiben jetzt bei WhatsApp, also das Handy hat doch so eine Autokorrektur. Ich komm damit gut klar. Wenn sogar die Autokorrektur streikt, dann ist das Mobbing. Hast du da keine Angst, das sollte einmal wirklich entknicken, du da verkackt hast, wenn es rauskommt? Oder weiß sie, dass du scharf auf ihn bist? Seine Frau ist ein Engel, beruflich in derselben Branche, allerdings arbeitet sie für einen großen Flag-Carrier von Deutschland. Nein, davor habe ich keine Angst. Was ist ein Flag-Carrier? Ich bin dumm. Also sie weiß, dass ihr Mann sehr beliebt ist bei vielen Frauen durch seinen Beruf, seine Ausstrahlung, allgemein durch seinen Charakter. Ähnlich wie Reiner, ne? Also sie weiß, dass ihr Mann sehr beliebt ist bei vielen Frauen durch seinen Beruf, seine Ausstrahlung und allgemein durch seinen Charakter. Das war ja auch der Grund, wieso sie mit ihm seit zehn Jahren zusammen und seit fast einem Jahr verheiratet ist. Ihr habt ihr das zusammengeschnitten? Vorhin noch Annette und Trollgelob und jetzt sowas. Einmal mit Profis, also wirklich. Leute! Also sowas so. Unverzeihlich, unverzeihlich. Ich weiß gar nicht, ob ich hier noch weitermachen will. Joke, Pukari! Ja, schon, aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Wenn du mit ihm ficken solltest... Junge, kann das nicht einmal einfach so nicht erwähnt werden? Meinst du nicht, dass das für sie ein Problem ist? Ich habe noch nicht eine, also eine Nachricht klar. Aber noch nicht einen Tag, an dem so mehrere Nachrichten geschrieben wurden, an dem nicht ständig Mischi kommt. Sonst würden die eine offene führen. Meine, du sagtest, dass sie asexuell ist, also keinen Sex hat. Er aber ist das, soweit ich das verstanden habe, nicht. Ganz ehrlich, ich glaube, sie weiß genau, dass es früher oder später passieren wird. Und wenn wir, wird er es ihr beichten. Und dann glaube ich nicht, dass sie ihn verlässt. Dass sie weiß, dass er als Mann natürlich Bedürfnisse hat. Sie ist eine sehr kluge und rational denkende Frau. Ja. Rainer ist da ähnlich als Mann. Ne? Äh, ja. Er ist so ziemlich das Gegenteil von asexuell. So wie Rainer. Okay, aber denkst du, dass es für dich und sie dann Probleme gibt? Scheinst du ja auch zu mögen. Ihm verzeiht sie das vielleicht, aber dir? Naja. Geht mich nichts an. Genau, geht dich nichts an. Was würdest du zu Leuten sagen, die dich im Stream was fragen und dich nichts, was die Leute angeblich nichts angeht? Banner mal bitte kommen. Sorry. Hey, sorry, ich war gerade Mittagessen. Ich weiß es nicht. Ich denke mal nicht. Ja, ich mag seine Frau sehr. Die sind wie eine Familie für mich. Ich denke, wenn sie es ihm verzeiht, verzeiht sie es mir auch. Oh, schade. Jetzt scheinst du weg zu sein. Ganz klare Sachen. Macht natürlich Sinn, ne? Also, ich sag mal, dann verzeihe ich, wenn ich mir das bei mir so vorstelle, wenn ich dann hier jemanden aufnehme, der ist, wie, dass er zur Familie gehört. Also, bei dem wäre es dann nicht so schlimm, ne? Ja, aber das würde es ja nur noch schlimmer machen. Der Verrat an einem selbst. Ja, musst du kurz was arbeiten, sorry. Hm, arbeiten. Äh, musst du ja auch zwischendurch mal aufnehmen und arbeiten. Oh, sorry. Störe ich dich gerade? Wollte ich nicht. Ich würde gerne wissen, wie es gerade in Troll brodelt, ne? Mein lieber Freund, der Linnemann, sein Troll, der mag, der ist nämlich, den Arbeitslord, den mag er am meisten. Wen Rainer das, was er macht, als Arbeit ansieht. Was machst du denn gerade? Naja, hoffe ich für dich. Wobei, wenn wir beide wirklich zusammenkommen, nee, alles gut, jetzt nichts mehr. Okay, also wenn wir beide zusammen... Er hat dann gerade insgesamt, ich habe die Zeitstempel gesehen, 20 Minuten oder so gearbeitet. Stark, 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 stark. Ich habe in dem Video, was auf der Cloud ist, gesagt, dass ich schon mal mit Uti gequatscht habe über seine Sucht. Zum Beischlaf. Über Reinies. Äh, dass er glaubt, er könnte damit all seine Probleme irgendwie lösen. Aber ich glaube, er hat dieses nur, weil ihm den ganzen Tag über so langweilig ist. Der weiß ja nicht, was er mit dem Tag anstellen soll. Und so ein bisschen zocken, das füllt einen nun mal nicht aus. Das gibt dir kein gutes Gefühl. Außer man spielt Gothic und Dark Souls. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Ich sag mal, wenn man rausgeht und mäht den Rasen und dann, nach getaner Arbeit, guckt man dann über den Rasen und denkt sich, ey, habe ich gut gemacht, ne? Ein großes Grundstück, ich habe gerade alles gemäht. Habe ich mir ne kalte Nussecke verdient. Irgendwie sowas. Oder man streicht ne Hauswand oder so. Man kommt sich einfach nach getaner Arbeit, hat man ein belohnendes, ein für sich selbst belohnendes Gefühl. Und auch wenn man seine Arbeit mag, wenn man irgendwo arbeiten geht, dann hat man auch ein belohnendes Gefühl, wenn man seine Arbeit mag. Aber dieses belohnende Gefühl hat Reini nicht. Und er hätte dieses belohnende Gefühl gerne mit etwas anderem ausgefüllt. Und deswegen hätte er so gerne Michi. Komm, lass ich die Finger von ihm. Aber von dir werde ich sie nicht lassen. Wie schaut denn dein Tag noch aus? Fressene, Daddelne, wir wissen. Wie gesagt, vor allem die Nacht rumbekommen, dann geht es nach Nürnberg. Oder eher nach Fürth. Hab mal ne andere Frage. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die hören will. Wie spontan kannst du zu mir in die Ecke kommen? Und vielleicht ein, zwei Nächte mit mir ein Hotel? Sie müssen wieder zu ihm kommen. Die Lämmer müssen zur Schlachtbahn geführt werden. Das war schon in Schanzenzeiten so. Erstmal müssen alle zu ihm kommen. Und immer so ein, zwei Wochen dann auch, wenn es geht. Ich überlege schon seit langem mal wieder in einen Swingerclub zu gehen. Und ich kenne einen echt schönen, aber alleine ist das immer irgendwie komisch. Also, falls du Lust auf sowas hast? Hey, sorry, war eben im Außendienst. Sorry. Wo bist du denn aktuell? Ich muss ja schon wissen, wohin ich fahren muss. Das weiß Rainer doch nicht. Es könnte Nürnberg, es könnte München, es könnte Ulm sein. Wir wissen es doch nicht. Rainer weiß es doch auch nicht. Ist gut. Ja, Mittwoch Nürnberg. Hast du ein Auto? Hat er jetzt vielleicht Nürnberg wieder mit Madeira verwechselt? Man weiß es nicht. Klar, hab ja meinen C1 von der Firma. Aber für größere Strecken würde ich schauen, ob ich ein Auto aus dem Carpool bekommen könnte. Und dann muss ich schauen, wie mein Terminkalender für diese Woche ist. Da kann ich dir dann heute Abend Bescheid sagen, okay? Okay. Hier ist wieder eine Sprachnachricht, aber leider anscheinend keine Sounddatei vorhanden. Also, ein Auto aus dem Carpool kriege ich leider nicht. Und termintechnisch ist es leider bei mir auch sehr schwer. Da wäre es tatsächlich einfacher, wenn du nach Mainz kommen könntest. Diese Woche stehen wichtige Termine an. Und da braucht mein Chef mich leider. Die sind auch nicht zu verlegen aktuell. Sorry. Du meintest ja, vielleicht kannst du ja bis Dienstag es klären, dass du Ende der Woche vorbeikommst. Ja, und da dachte ich, dass das mit dem Verkauf noch klappt. Und dass ich mein Geld habe. Aber wie gesagt, aktuell verschiebt sich alles Duo. Ist auch noch Feiertag. War da nicht schon, ich weiß jetzt auch nicht, von wann genau die sind. Wann kam denn in Deutschland das 9-Euro-Ticket? Wie viel Geld braucht er denn, um in eine andere Stadt zu kommen? Gab es das da schon? Bin mir gerade echt nicht sicher. Und so wie ich Rainer kenne, wird der Ford ja noch angemeldet sein. Sag doch, äh, der Mulle kommt vorbei, nimm mein Auto mit. Welcher Verkauf? Von deinem blauen Auto? Sorry, mir fällt der Name gerade nicht ein. Ein Ranger. Lol, das verstehe ich sowieso nicht. Warum du ihn verkaufst? Wenn du noch deine MPU demnächst machen kannst, brauchst du doch ein Auto, oder? Ich denke, Rainer ist wirklich, nee, ist er nicht, nee. Ich wollte jetzt gerade sagen, er ist schlau genug, um zu wissen, dass er wahrscheinlich durchfallen wird. Aber ich glaube, er glaubt wirklich, dass er ernsthafte Chancen hat, zu bestehen. Ich habe das schon mal gesagt. Die MPU, er wird wahrscheinlich mit einem Psychodonkel da sprechen müssen. Und der wird eine Prognose stellen für die Zukunft. Und wenn Rainer sagt, ich werde immer angegriffen und das wird auch immer so bleiben, dann wird diese Prognose nicht positiv ausfallen. Und deswegen glaube ich da nicht an die Rückkehr des Führerscheins. Ja, habe ich dir schon erklärt. Die MPU dauert mindestens sechs Monate. Verstehe ich nicht. Macht keinen Sinn. Vorbereitungskurz und alles. Ja. Ach, okay. Weiß nicht, ich müsste jetzt googeln. Oh, echt? Sorry, das habe ich wohl überlesen. Also ich würde dir empfehlen, das Auto privat zu vermieten für die Zeit. Ich meine, Steuern und Versicherung hast du bestimmt bezahlt und du würdest dadurch auch noch Geld verdienen. Snapcar heißt das, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß schon, was ich tue. Das Auto kann keiner fahren wegen Hatern. Passt schon. Oh, okay. Scheiße, ich glaube, ob dir nicht zugehört. Wollen wir mal zurückspulen? Ich habe gerade nur mal kurz hier reingeschaut. MPU stellen, musst du auf einen Termin, mit einer Wartezeit von circa zwei Wochen. Bei Rainer ist es aber sechs Monate. Gut, ich weiß nicht, ob diese Wartezeit mit Vorbereitung eingeplant ist. Wenn normale Menschen, sage ich mal, zwei Wochen brauchen, ist Rainer mit sechs Monaten eigentlich noch zeitlich ganz gut dabei. Okay. Sorry, wollte dir nicht vor den Kopf stoßen. War ja nur eine Idee. Alles gut. Gut. Was hast du jetzt heute noch Geiles vor? Meine Wochenplanung ist jetzt komplett aus dem Ruder. Wenn ich bis heute 20 Uhr keine Antwort mehr bekomme von dem, mit dem ich mich treffen wollte, wird das wohl nichts. Warum ist die ganze Wochenplanung aus dem Ruder? Nein, nein, du hast, wenn da wenigstens eine Wochenplanung wäre, so was von, ich gehe morgens um sieben aus dem Haus und komme um sechs wieder. Und das ist die Tagesplanung. Weil man da arbeiten geht im Normalfall. Okay, tut mir leid zu hören. Oh, es gibt Schlimmeres. Das mit dir ist mir aktuell wichtiger. Ja, ja, das ist wichtig. Oh, das ist ja lieb von dir. Also, ich sitze noch im Büro und muss noch ein bisschen arbeiten. Termine planen, Flüge buchen, etc. Habe meinen Chef heute ein Ersatzauto von der Lufthansa organisiert, das ein BMW in der Werkstatt ist. Ach so, da muss ich noch einen Abschlussrundgang durch die ganze Firma machen. Inklusive Büro, Werkstatt, Toiletten, Küche, um zu schauen, ob alles sauber und ordentlich ist. Oder ob ich morgen wieder ein paar Burschen zu Sau machen muss. Und was hast du noch heute Abend? Ja, ein harter Job, ne? Erst müssen die Klos kontrolliert werden und dann muss der Chef rausgelangen. Nicht schlecht. Nix eigentlich. Waren andere Sachen geplant. Ja, und was machst du? Nichts. Ja, wie immer. Was machst du morgen? Auch nichts. Okay, und was denn alles? Und wieso ist es geplatzt? Wow, also wenn ich eine... Anscheinend wieder keine Soundfile vorhanden. Sache nicht leiden kann. Dann sind es Leute, die was ausmachen und dann nicht mal den Anstand haben, abzusagen, wenn ihnen was dazwischen kommt. Stimmt, mag ich auch nicht. Bist du inzwischen schon wieder zu Hause? Ja, aber anscheinend ist bei mir ein Abwasserrohr geplatzt. Ich überlege, ob ich in ein Hotel gehen sollte. Das stinkt barbarisch. Geh mal in die Schanze, Junge, dann weißt du, was riecht. Oh, das ist nicht gut. Ja, ich schau mal gerade, wo ich bei welchem Hotel aktuell die meisten Punkte für meinen Status bekomme. Kennst du das nicht? Nee. Du kannst bei vielen namhaften Hotelketten einen Treuekundestatus erhalten, wenn du regelmäßig bei denen Gast bist. Und je öfter du Gast bist, desto mehr Annehmlichkeiten bekommst du. Ey, das kenne ich aber auch nicht. Muss ich zugeben. Zum Beispiel kostenfreies Frühstück, Premium-WLAN bis zu 1 Gigabit die Sekunde, Launch, Zucker mit All-You-Can-Eat-Buffet und kostenlose Zimmer-Upgrades. Gut, ich bin aber auch niemand, der in vielen Hotels schläft, ne? Reini hingegen schläft ja anscheinend in Nürnberg, Ulm, München. Der sollte sowas kennen. Da ich mit meinem Chef so viel um die Welt gereist bin, habe ich entsprechend auch bei vielen Hotels einen sehr hohen Status, wenn nicht sogar den höchsten bei manchen. Reiner kennt nur einen Status, der ist auf seinen Schmuddelseiten und der wird geändert, wenn er wieder eine neue Mulle hat. Zum Beispiel Hilton oder Best Western. Und jetzt schaue ich einfach mal, bei welcher Kette ich einen niedrigen Status habe, um mit den Übernachtungen eventuell für den nächsthöheren Status zu sparen. Achso, naja, das bekomme ich nicht. Wäre es nicht sinnvoll, in ein Hotel zu gehen, wo man schon einen hohen Status hat? Weil dann bekommt man ja mehr. Ich stehe wegen diesen Idioten eher auf der schwarzen Liste bei vielen Hotelketten. Das stimmt. Überleg mal, die beiden kommen wirklich zum Hotel. Und unten begrüßt irgendwie der Manager. Wie ist ihr Status hier, Frau Jackie? Ich bin Business Class. Und sie hier, Herr Reini? Ich bin schwarze Liste, Platz 1. Bitte. Wieso nicht? Das kennt jeder. Ist vor allem kostenlos in der Mitgliedschaft. Du musst hier eh nur für die Übernachtung bezahlen. Bitte was? Wo stehst du denn bitte bei denen auf der schwarzen Liste? Da steht aber auch Mitglied. Da fragen wir doch nicht mehr. Nein, nein, Spaß. Joke, Bugatti. Bei Mosel One beispielsweise. Und ich weiß es nicht sicher, aber auch beim Ibis Hotel könnte ich inzwischen drauf sein. Wieso das denn? Hast du dich daneben benommen? Ja. Weil Leute, wenn sie rausfinden, dass ich da bin, Pizza oder anderes Essen in Masse bestellen. Gut, muss ich auch sagen, finde ich nicht gut. Bin ich ganz ehrlich, Leute. Bin ich ein bisschen auf Reinis Seite. Ich verstehe auch nicht, warum er dann auf die schwarze Liste kommt, wenn andere Leute dann die Scheiß bauen. Ja. Und sowieso Pizzen und so weiter zu bestellen. Ich meine, wenn man da mal anruft und einen Gag macht oder so. Okay. Ist ja Reini bei euch hier. Wir wollten gleich 5 Kilo Ofenkäse vorbeibringen oder so. Okay. Ist ein Joke. Aber wirklich Pizzen und so weiter dazu bestellen. Und vor allen Dingen Polizei. Und das ist gar nichts. Das sind Straftaten. Und davon distanziere ich mich. Weil sie in dem Hotel anrufen und alle Zimmer buchen, aber die auftauchen. Weil sie vor einem Hotel stehen. Rumachin. Und etliche weitere Anmessen. Was machen sie? Rumachin? Okay. Weil sie vor dem Hotel stehen. Rumachin. Und etliches weiteres Anmessen. Was ist denn Rumachin? Ich wüsste jetzt nicht mal, welches Wort das sein soll. Rumachin. Nee. Komm nicht drauf. Nicht ich. Meine Hater. Ach ja. Und im Hotel Nürnberg. Nennt sich Excelsior. Oder so. Eine riesige gläserne Pyramide. Findest du auch, wenn du danach googelst. Rainer hat sich aber auch nur gute Hotels vorgenommen. Anstatt, dass er ein bisschen clever gewesen wäre. Irgendwo in. Nicht. Sagen wir mal nicht nach Frankfurt. Sondern. 40 Kilometer weiter außerhalb. In ein kleines Dorf fährt. Und dann eine Gaststätte nimmt. Das wäre ein bisschen pfiffiger gewesen. Du meinst das Best Western Excelsior Hotel? Das kenne ich. Das Hotel ist klasse. Da war ich schon sehr oft. Ach du Scheiße. Aber du machst doch gar nichts. Das sind ja nur diese Hater. Du kannst doch nichts dafür. Wieso wirst du denn dafür bestraft? Das verstehe ich nicht. Das hier meine ich. Nee. Ich mache nichts. Und die Hotelleitung weiß das. und sagt, es ist kein Problem. Aber es schadet dem Hotel. Tja. Oh je. Bist du denn wirklich bei denen auf der schwarzen Liste? Ist schon krass, ne? Weil im Endeffekt in jedem Hotel, in dem er war. Schwarze Liste. Tja. Schlecht. Mir geht das. Ich habe von Anfang an gesagt, er macht das ein paar Tage. Dann ist er bei Marion im Keller. Habe ich von Anfang an. Glaskugel, länger war am Stülsel. Er hat es länger durchgehalten, als ich dachte. Ja. Sehr viel länger. Ist dafür aber jetzt viel unterhält auf der schwarzen Liste und so weiter. Also gut, da war ja auch ein bisschen Mona mit für verantwortlich, dass er es länger ausgehalten hat. Ich glaube, alleine hätte das gar nicht so lange geschafft. Aber hier auch, jeder, der mit Reini zu tun hatte, ist am Ende ein Bösewicht. Hast du das denn mal nachgeforscht? Ich würde denen mit einem Anwalt drohen. Das dürfen die nicht machen, ohne... Doch, dürfen sie. Das Hausrecht. Das dürfen sie. Trifft den Grund? Doch, 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 doch. Das dürfen die. Einfach so. Hey, noch da? Genau, das Hotel kenne ich. Da bin ich sehr gerne, wenn ich in Nürnberg oder Fürth zu tun habe. Oder Ulm. Oder Madeira. Oder München. Soweit ich weiß, ja. Wir haben uns mit allen aus dem Hotel gut verstanden. Also, Angestellten und so weiter. Mich wundert gerade, dass er die Angestellten nicht gebullert hat, ne? Schön in die Mischi. Aber nee, alles für den Arsch. Ja, aber dann rede doch mal mit denen, dass du von dieser schwarzen Liste runterkommst. Du hast doch nichts falsch gemacht. Noch da? Ja, sorry. Wie lange müssen... Wie schnell muss man sich denn hier gegenseitig antworten? Er hat um 22, 26 geschrieben. Sie schreibt um 22, 27... Ach nee, das ist 23, 30 dann. Okay, sorry. Nein, das war mein Fehler. Tut mir leid. Jetzt bin ich müde. Oh, wenig geschlafen? Nee, so sind die Menschen eben. Was machst du Schönes? Ich gehe jetzt gleich ins Bettchen. Leider ohne dich. Morgen will ich früh aufstehen und nachher... Er schreibt halt gerne zur Nachtzeit, ne? Da ist er wach, wenn andere Leute schlafen, die halt morgen arbeiten müssen. Und dann kommt er auf Ideen. Ich glaube... Ohne Spaß, ich gucke jetzt da nicht hin. Ich glaube, ich weiß, was es gleich passieren wird. Da wird gleich stehen... Ah, du gehst ins Bett? Dann rubbel doch die Mischi und denk an mich. Und ich würde dich da gerne... Äh, Lulu und, äh, Phoebe. Jede Wette. Ein bisschen schwimmen vor der Arbeit. Okay. Hatte gehofft, ich erwisch dich mit dem Finger in der... Tada! Beweisbrug abgeschlossen, neuer Ann. Hose. Da hättest du vorhin fragen müssen. Mist. Liege hier gerade auch ohne Hose. Nur im Shirt. Das ist doch total ein unangenehmes Gefühl, oder nicht? Wenn man keine Hose anhat, aber ein T-Shirt. Ich mach das meist anders. Ich hab meist ne Hose an, aber kein Shirt. Weil ich finde oben ohne, wenn ich zu Hause bin, find ich einfach bequemer. Also, wenn ich jetzt niemanden erwarte oder so, klar. Aber... Ich zieh doch kein T-Shirt, dann lass die Hose weg. Nee, das macht für mich keinen Sinn. Ich hab nur nen Bademantel an. Würde ich ja zu gern sehen. Und mal drunter linsen. Könntest du ja sehen, wenn... Junge, dass dir das nicht schnallt. Dass das wahrscheinlich nicht stimmt. Es ist fünf nach zwölf. Die will schlafen und hat jetzt nen Bademantel an. Na klar. Du diese Woche mal zu mir nach Mainz kommen würdest. Geht ja nicht. Wie gesagt. Außer du kannst mich abholen. Kriege ich leider von meinem Terminkalender nicht hin. Sorry. Kann ich leider nicht ändern. Sorry. Wäre mir anders auch lieber. Kannst mir glauben. Nicht schlimm. Machen wir schon irgendwie. So, ich geh dann jetzt mal schlafen. Schlaf gut und träum was Schönes. Ich auch. Fall gleich vom Stuhl. Schlaf gut, Kleine. Auch sehr unangenehm. Schlaf gut, Kleine. Nee. 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 Schmusi. Nee. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie ich Troll auch wirklich so mache. Guten Morgen. Als ob man sich gerade streckt. Der Troll, der spielt das wirklich in Leistenstein. Der ist doch richtig gut. Müde? Was machst du gerade? Ja, frühstücken. Annette könnte sich ein bisschen mehr Mühe geben. Dankeschön, Annette. Liebe. Weh. Brauche jetzt mal eine Weile, bis ich wach bin. Okay. Schlecht geschlafen? Nee. Aber ich bin nicht fit. Melde mich später. Ja, es ist erst 10 Uhr. Da ist Rainer noch nicht richtig wach. Okay. Vergiss mich nicht. Das fand ich schön gesprochen. Blödsinn. Und das war originaler Rainer-Sprech. Bin eigentlich kein Fan... Wieder keine Soundfile vorhanden, leider. Sorry. ...von solchen Sprachnachrichten. Aber kann ich später gerne machen. Bin gerade am Arbeiten. Schreiben kann ich aber. Ich mache fast nur Sprachnachrichten. Und ich weiß damit, dass ich ja mit vielen Leuten auf den Sack gehe. Aber ich bin viel zu faul, um so viele zu schreiben. Ja, muss doch nicht. Ich fand das halt nur gut. Ich mache meistens solche, weil das einfacher und schneller ist. Ja, gut. Bei ihm macht es auch noch mehr Sinn, irgendwie. Aufgrund der Rechtschreibung. Machen Sprachnachrichten bei ihm doch noch mehr Sinn. Ja, ich bin da etwas oldschool und schreibe lieber. Hoffe, das ist nicht schlimm. Aber ich schaue mal später, ob ich das hinkriege. Nach... Oh, dann bis nachher, meine geile Kleine. Wann? Oh, wirklich unangenehm. Wirklich unangenehm. Kein Wunder, dass Mona sagte, nee, du lass mal das mit den Kosenamen. Wirklich. Ich glaube nicht, dass er da einfach nur Schatz gesagt hat oder so. Kann ich mir nicht vorstellen. Es war bestimmt irgendwie meine kleine geile Schmusikleine oder so. Nee. Nee. Das möchte ich nicht. Bist du denn wieder online? Weiß nicht. Lass mich nicht so lange warten. Na, bist du wach? Geht so. Wollte mich um etwa zwölf melden. Na, ist ja schon bald. Ja, bin aber immer noch nicht fit. Ja. Rente, das liegt vielleicht daran... Nee, Arnie, das sagst du jetzt nicht. Arnie, ruhig bleiben. Ganz ruhig blut. Tut mir leid, es ist die zweite Folge, die ich mir jetzt hier hintereinander antue. Die erste halt auf der Cloud und die jetzt hier hintereinander. Das macht mein Kopf nicht mit. Junge. Hab mir inzwischen schon eingewiext. Ja, na... Warum sag ich überhaupt noch was? Warum? Mann. Aber abgesehen davon bin ich noch am Pennen schon... Zwölf Uhr. Er ist kurz aufgestanden, hat den Maulwurf gewürgt und hat sich wieder ins Bett gelegt. Rein das Tagesablauf. Kein Wunder, dass er den Tag über keine Befriedigung finden kann. Also, geistig. Ne? Dieses Belohnungsgefühl halt. Das einzige, was er hat, ist Rubbeldi-Rubbel. Und nachdenken über Mischi. Und mehr nicht. Junge. Dreck Kaffee hilft aber nix. Liegt bestimmt am Wetter. Kam heute Morgen auch nicht aufs Bett. Okay. Naja. Das liegt vielleicht auch nicht am Wetter. Das liegt vielleicht daran, dass der Körper jenseits der 200 Kilo ist und es doch sehr viel Arbeit ist für den Körper. Aufzuwachen. Auf Touren zu kommen. Und warum sollte er? Der Körper weiß ja. Warum sollte ich denn? Ich gehe doch jetzt gleich eh nur wieder darüber auf den Stuhl. Mach ein bisschen Rubbeldi-Rubbel-Mischi-Mischi. Und dann gehe ich wieder ins Bett. Ja. Wenn ich da gewesen wäre, wüsste ich, warum du nicht aus dem Bett kommst. Ich wüsste dann auch, wieso du nicht aus dem Bett kommst. Danke dir. Ich bin tatsächlich Anfang 40. Jetzt nicht mehr. Darf ich fragen, wie alt sie ist? Habt ihr Erfahrung gemacht, dass gerade jüngere Menschen anfangs immer total vernarrt in einem sind, aber dann nach kurzer Zeit kein Interesse mehr haben? Nee. Kenne sie seit Jahren. Seit Jahren kennt er sie. Jetzt kommt gleich wieder eine Story irgendwie. Mit 16, auf dem Klo. Einen Satz später, ja mit 27, mein erstes Mal gehabt. Kannst du dir nicht ausdenken? Oh. Dann ist das Ganze ja noch komischer. Genau. Genau. Fubi, ich bin jetzt ingame. Also schreibe eher ungern gerade, weil ich nicht vorankomme dann. Da steht wirklich... Fubi. Ich weiß nicht, was es heißen soll. Melde mich später. Bin gerade eh etwas mies drauf. Sorry. Der sagt jetzt wirklich einer Frau, die sich... Die ihm gut vorspielt. Die gut schreibt. Die ihm gut mitteilen möchte, dass er ihr etwas bedeutet. Schreibt er so, ich bin jetzt spielen, schreibe jetzt nicht mehr. Junge. Ich weiß, nicht so oft Junge. Junge Anni. Kein Problem. Hab jetzt noch mit meinem Chef ein Geschäftsmeeting und danach gehe ich zur Massage. Da denke ich an dich vielleicht. Ist kein Problem. Hey. Was wird wohl... Ich guck nicht hin. Es kam gerade ein neuer Text. Das ist eine neue Seite. Was wird Rainer wohl auf Massage antworten? Mischi, Mischi, der Finger in die Mischi? Ich weiß, du kennst mich noch nicht persönlich. Aber wenn du willst, bin ich eine gute Zuhörerin. Frust und Probleme solltest du nicht in dich hineinfressen. Lass sie raus und rede mit jemandem darüber. Eine erotische? Gut, dass mein Mikrofon geradeaus war. Junge, ist mir das Ding auch auf die Cloud gegangen. Ehrlich. So, sie sagt jetzt, hey. Friss die Probleme nicht in dich hinein. Red mit jemandem darüber. Das kann dir helfen. Sie macht sich Sorgen. Und darüber, ne, Massage war viel wichtiger. Er hat nur das Massage gelesen. Der Rest wird ihm komplett egal. Dann kommt wirklich ein Text, den sie persönlich meint. Der viel wichtiger ist, als ich gehe dann zur Massage. Und das Massage ist das Einzige, was ihn interessiert. Junge, was ein Abfuck. Nee, ne normale Thai-Massage. Okay. Aber vielleicht darfst du mir meine erotische Massage verpassen. Da wurde auch Annette kurz etwas schlecht. Kam's hoch? Kam's hoch, Schmusi? Gerne. Also, bis später. Würde mich freuen, von dir nochmal zu hören. Warum habe ich jetzt den Einstöhner hier von Annette? Verdammt. Ich habe ihn nicht auf dem Steam Deck. Ah, hier kommen wir neben ihm. Schön. Der tut's auch. Bis dahin. Bis dann. Na du? Hey. Entschuldige, dass ich aktuell etwas gefrustet bin. Ja, warum ist er wohl gefrustet? Weil es keine Mischi gibt zum Essen. Schon okay. Ist das meine Schuld? Ich fühle mich momentan eingesperrt. Er erzählt. Pass auf. Da muss, da müsste jetzt mal, das muss man sich mal realisieren, so weißt du. Er erzählt, dass er in Ulm, in München, in Ingolstadt, Madeira, überall, Nürnberg, überall ist er gewesen, letzten Tage. In Wirklichkeit saß er aber im Keller. Und jetzt kommt, ich fühle mich momentan eingesperrt. Macht halt keinen Sinn, wenn man sagt, man war die ganzen Tage unterwegs. In so vielen Städten, man war überall und nirgends. Macht dann keinen Sinn zu sagen, ich fühle mich eingesperrt. Das macht nur Sinn, wenn du die Wahrheit rausmeddeln könntest. Warum sagst du auch nicht, du, wenn man sitzt hier im Keller, kann nicht raus wegen die Böseien, wegen die Wolle-Hates. Ne, man ist in Nürnberg, in Ulm, Madeira, München, Ingolstadt, aber man fühlt sich eingesperrt. Macht halt vorne und hinten keinen Sinn. Ne, gar nicht. Es liegt an diesen fucking Assis, die mir immer folgen. Ich kann nirgends hin, ohne dass sie mich belästigen. Mein ganzes Leben ist ein einziger Haufen Scheiß. Ja, das macht Sinn. Scheiße. Oh, so, sorry. Wollte nicht so ausfällig werden, aber... Junge, das kannst du nicht ausdenken. Was kann... Der sagt jetzt, ich will dich so ausfällig werden. Rate mal, was er heute Nacht wieder schreibt. Da ist okay, ausfällig zu sein. Stehe sie mit dem Rücken zur Wand, dass ich nicht mehr weiß, was ich machen soll. Du klingst nicht gut. Willst du wirklich mit mir nicht erzählen, was los ist? Bleibt ja unter uns. Würde ja nichts bringen. Kannst ja auch nichts ändern. Na ja, du scheinst sowas in dich reinzufressen, anstatt das mal rauszulassen. Er scheint alles in sich reinzufressen, deswegen... Ach nee, komm. Arnie? Ruhig bleiben. Sowas habe ich früher auch gemacht und die Probleme wurden dadurch nicht gelöst, sondern es wurde nur schlimmer. Es bringt vielleicht nicht direkt etwas, aber es wäre schon mal gut, dass du diesen Stress nicht mehr in dir hast. Nee, ich rede ja mit Fremden darüber. Na klar, na klar, na klar. Dann ist es ja gut. Er beschwert sich. Er redet nicht darüber. Er stellt sich als Opfer hin und will da die Kohlen haben. Das ist es. Er redet mit irgendjemandem, dem du vertraust. Sowas darfst du nicht in dich reinfressen lassen. Das ist nicht gut für die Seele. Als wenn du eine Seele hätte. Junge, ich mache Pause hier. Ich habe gerade eine Wutglatte hier. So, da ist er wieder. Junge, 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 Junge. Let's go. Mach ewig. Sehr gut. Wie war das Zocken? Geht so. Verschafft mir halt auch keine Ablenkung mehr. Nee, eben. Geh arbeiten. Okay, macht dir das Zocken keinen Spaß aktuell oder liegt das am Spiele bzw. in deiner aktuellen Situation? Solange ich mich eingesperrt fühle, macht Fad nichts Spaß. Aber was hast du denn gemacht, dass sie diese Penner permanent nachstellen? Penner! Und warst du schon mal bei der Polizei oder beim Anwalt? Da musst du doch bestimmt rechtlich einen Weg geben, diesen Idioten mal Einhalt zu gebieten. Selbst er sagt, es wäre gar nicht nötig. Einfach kein charakterlicher Abfall sein. Das reicht schon, um 99% zu besänftigen. Einfach kein... Ne? Ihr wisst schon. Das kann mir nicht helfen. Hab Haus, Wohnung, Führerschein, Familie und den größten Teil meiner Freunde verloren. Kurz gesagt. Haus, Haus verkauft, Führerschein, naja, hätte man halt nicht so gewalttätig sein müssen. Familie, die ist geflüchtet vor dir, bevor du YouTube angefangen hast. Großteil meiner Freunde, wir haben seine Schulzeit gesehen. Er hatte keine Freunde. Ich bin am Arsch. Ja. Das glaube ich nicht, dass dir der Staat nicht helfen kann. Offensichtlich ist das doch ein großer Eingriff in dein Leben, wenn du nicht mal vor die Tür gehen kannst, um was einzukaufen. Sie sagt es hier noch. Als wenn sie hier sagen würde, ey, ich weiß, dass du im Keller sitzt. Du kannst nicht vor die Tür, um was einzukaufen und so weiter. Während er erzählt, dass er in Ulm, Ingolstadt, München, Nürnberg, Madeira ist. Als sagt sie, ja, ich weiß, du kannst nicht vor die Tür. Kannst nicht einkaufen. Dann muss dir der Staat helfen. Versuch doch mal über deinen Anwalt, die Polizei auf eine Situation aufmerksam zu machen. Dann glaub es nicht. Es geht dabei nicht mal um mein Leben allein, sondern um alle um mich herum. Außer dieses Zickige. Dann glaub es nicht. Ich habe sowieso recht. Junge, Junge, Junge. Sie versucht gerade, nett auf ihn einzureden. Das war nicht böse gemeint. Ich glaube dir natürlich, dass du in dieser furchtbaren Situation steckst. Das tut mir nur so leid und ich würde dir gerne helfen. Aber ich denke halt, das ist Aufgabe des Staates, dir bei sowas zu helfen. Ja, das hast du mir ja bereits mal erklärt. Deshalb ging ja auch deine letzte Beziehung kaputt, oder? Nicht alle und nicht so. Wie bitte? Deswegen... Gegen seine letzte Beziehung... Er hat... Wegen den bösen Bösen... Wollte Hates? Hat er nicht selber zugegeben, es lag an seiner Eifersucht? Deswegen aber ja. Okay, aber wir können so ein paar Penner, die anscheinend nichts in ihrem Leben geschissen kriegen... Aber es ist also Penner! So viel macht er über den... Grüße gehen raus an Drachenshow, falls du das hier siehst. ...leben haben. Wenn die das bei mir machen würden, ich würde denen alle eine schallern. Es liegt daran, dass es nicht ein A sind, sondern... num... die 50.000. Plus, minus. Bitte was? Ich glaube, es sind weitaus mehr. 50.000? Ja. Ich dachte, das sind vielleicht so 10 bis 12 Stück. Sieh mal, das war 2017. Aber 50.000? Und die verfolgen dich alle? Das war der Eingang zu meinem Dorf. Wir zeigen gerade dieses uralte Bild vom Schanzenfest. Okay. Wie oft das schon überall benutzt wurde, ne? Junge, Junge, Junge. Naja, nicht alle real, aber genug, dass es zu Problemen führt. Und die anderen machen im Internet Mist, als Beispiel, wenn ich in ein Hotel gehe. Wer macht denn hier im Internet Mist? Geht ja gar nicht. Und die das rausfinden, riefen mindestens 20 Stück im Minutentakt abwechselnd in dem Hotel an. Nee, das würde ich nicht machen. Buchen alle Zimmer in dem Hotel. Bestellen etwa 50 Pizzas die Stunde. Pizzen, Junge, Pizzen. Stehen mit Massen an Leuten vor dem Hotel, um mich angreifen zu können. Letztmal hast du erzählt, die wollen das Hotel angreifen. Was zur Hölle? Wie meinst du das mit angreifen? Körperlich? Mein Körper ist vernarbt. Ja, warum ist denn dein Körper vernarbt? Liegt es vielleicht daran, dass du ständig nicht so pfiffig bist und immer durch den Stacheldraht gegriffelt hast? Meine rechte Hand, mein linker Arm. Ja, weil du durch den Stacheldraht greifen willst. Am Bauch, am Rücken, an den Beinen. Am Bauch hast du eine dicke, fette Narbe, weil die Galle Metal aufgesagt hat. Und der Witz ist, ich bin vorbestraft, weil ich mich gegen diesen kranken Scheiß zur Wehr gesetzt habe. Weil ich jemanden, der mich in meinem Leben angegriffen hat, die Fresse eingeschlagen habe. Das ist auch nicht wahr. Das ist auch einfach gelogen. Entschuldigung. Das hat er nicht. Was er gemacht hat ist, da standen Leute vor seinem Tor. Und er hat vom Hinter dem Tor aus Pfefferspray auf diese Leute gesprüht. Und dann hat er noch, also das war das erste Mal. Und jetzt hat er jemanden mit einer Taschenlampe gegen die Stirn geboxt. Und einem anderen einen Backstein an den Arm geworfen. Alles sehr mutige Aktionen. Alles von hinter dem Zaun. Er kam nicht raus dafür. Sehr mutig. In acht Jahren und etwa 100.000 Menschen, die... In acht verdammten Jahren. ...in dieser Zeit, wo meinem Haus waren, habe ich etwa 100 Leuten auf die Fresse gehauen. Nein, hast du nicht. Und ich finde es schön, wie die Zahl sich jetzt gerade verdoppelt hat. Und du hast gesagt, 50.000 plus minus. Zwei Sätze später sind schon 100.000. Und von diesen 100 haben mich etwa 10, 20 angezeigt. Und meinen Führerschein habe ich verloren, weil ich körperlich angegriffen habe. Deinen Führerschein hast du vielleicht eher verloren, weil du ein bisschen psychisch instabil bist. Diese ganzen Videos. Dass du Leute auf der Straße anhältst. Auf dem Rewe-Parkplatz. In Autos greifst und so weiter. Das kommt auch in verschiedenen Ämtern an. Da kannst du getrost von ausgehen. Gegen Hater, die wiederum mein ganzes Leben zerstört haben. Das hast du selbst geschafft. Von meinem Arbeitsplatz damals, bei dem ich entlassen wurde und irgendwann auch nirgends mehr eine Stelle bekommen habe. Auch kompletter Quatsch. Er hat seine Arbeit verloren damals, als hier Jakob Plastik wurde er verkauft. Alle Angestellten wurden übernommen. Außer er. Alle außer er. Warum wohl? Weil er so fleißig ist? Weil er so ein guter Arbeiter ist? Daran wird es liegen. Weil er so beliebt ist in der Firma? Ganz bestimmt. Und danach hat er halt noch nie wieder irgendwo richtig gearbeitet. Hat er überhaupt keine Lust zu gehabt. Das wissen wir doch alles. Über meine Familie, die sich von mir bewendet hat. Du hast deine Familie aus dem Haus geekelt. Die sind geflüchtet. Aus dem Haus geflüchtet. Über die Menschen, die mir helfen. Oder meine Freunde sind. Und meine finanziellen Schaden, die ich bekommen habe. Bis hin zu meinem jetzigen Punkt. Ich würde gerne sehen, wo die Hater für seinen finanziellen Schaden verantwortlich sind. Die sind ja da seine einzige Einnahmequelle. Indem ich nichts mehr habe. Kein Führerschein. Kein Haus. Und von Glück reden kann, dass ich nicht eingesperrt wurde. Obwohl ich trotzdem eine Freiheitsstrafe von ein Jahr auf zwei Jahren Bewährung bekommen habe. Meiner Meinung nach hätte er reingehört. Dazu noch mehrere Auflagen. Unter anderem die 2500 Euro, die ich spenden muss. Und einer psychologischen Unterhuchung. Das ließ sich wirklich furchtbar. Und du scheinst wirklich eine Menge durchgemacht zu haben. Und jetzt in dieser Situation, wie in einem Käfig eingesperrt zu sein. Wegen 50.000 Menschen, die anscheinend nichts in ihrem Leben geschafft haben. Muss doch wirklich zu mögen sein. Ja. Hier wird schon wieder darauf hingewiesen. Junge, du bist wahrscheinlich im Keller, oder? Aber, ich muss auch sagen, dass du trotz dieser Vergangenheit und trotz deiner aktuellen Situation es noch schaffst, jeden Morgen aufzustehen und weiterzumachen. Das ist wirklich beeindruckend. Und so etwas sollte man großen Respekt zahlen. Er hat doch keine Wahl. Was soll er denn machen? Hä? Er müsste sonst richtig arbeiten gehen. Da ist ihm lieber das Leben so, äh, das, das behält er dann lieber. Also, bevor er wirklich arbeiten geht. Das möchte er nicht. Nein. Trotzdem, mir tut das so leid zu lesen, wie schlimm es dir anscheinend geht und wie einsam du dich fühlen musst. Ich würde dir so gerne helfen, aber ich weiß leider nicht wie. Ja, äh, Michi, Michi! Es können durchaus mehr sein. Ich habe keine genue Zahl. Als ich noch mein Haus hatte, war das gar keine Frage, ob ich aufstehen kann. Jetzt aktuell aber verlassen mich meine Kräfte langsam. Ja, ja, klar. Ach ja, das Ganze geht ihm übrigens seit etwa 8,5 Jahren so. Im Oktober diesen Jahres werden es 9. Oh, wow. Wie hat das Ganze denn angefangen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ganze von heute auf morgen passiert ist. Nee, von heute auf morgen nicht. Das hat rein sich lange erarbeitet. Sehr lange erarbeitet. Dann hat er angefangen, Leute zu sich nach Hause einzuladen. Und, äh, ja, das war es auch noch nicht. Nochmal eine ganze Zeit lang später, als er ein Poster zu Hause verkauft hat und nicht alle Reinies Befehlen gehorcht haben, er deswegen Herrn Müller gerufen hat und Herr Müller gesagt hat, nee, nee, Freundchen, du hast die alle hergeholt. Das beißt dich ja weg. Da fing es eigentlich an. Ich bräuchte eine Frau, die zu mir steht und mit der ich abräumen kann. Ja. Wohin denn? Oder ein Haus kaufen. Ich möchte herumreisen und mein Leben führen. Das klingt, weißt du, das sind zwei Sachen. Ich möchte ein Haus kaufen. Ich möchte herumreisen und mein Leben führen. Weißt du, dann kaufst du kein Haus. Ja, nur du hättest herumreisen können. Hast du auch nicht gemacht. Ich möchte in einem Hotel unterkommen. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Hier so, äh, rechtlich. Ist es Rainer erlaubt, im Ausland einen Führerschein zu machen? Und den hier in Deutschland zu nutzen? Ich weiß es nicht. Wenn ihr das wisst, äh, sagt mir mal Bescheid, bitte. Ohne Angst haben zu müssen, dass ich direkt wieder abhauen müsste. Wie finden die denn raus, in welchem Hotel du bist? Ruft die alle Hotels an, oder wie? Nee. Rainer wangelt halt durch die Stadt und geht dann ins Hotel. Und das sieht man. Wie gesagt, die Masse ist das Problem. Seine, ja. Während ich aus dem Hotel gehe und nur über die Trasse, um mir was zu trinken zu holen, geht es schon los. In welchen Hotels warst du denn bisher? Sind das total Bekannte? Weiß ich nicht. Hab da keine Erfahrung. Es wurden auch nicht alle gefunden, in denen ich war. Nö, nö. Hotel Marion im Keller, das wurde nicht gefunden, ne? Läh. Aber das Risiko ist eben immer da. Gut, aber glaubst du, in so einer kleinen Stadt wie Mainz würdest du direkt auffallen? Das glaube ich nicht. Doch, auf jeden Fall. Mainz ist ja auch nicht so klein. Das passiert eher in noch kleineren. Und so klein ist Mainz, glaube ich, nicht. Das ist richtig. Über Mainz sagt man, es sei das der größte Dorf der Welt. Zum Beispiel, ich komme aus einem 65-Einwohner-Dorf. Er war doch 48 oder nicht. Egal. Einer weniger jetzt. Und deshalb liebe ich diese Stadt. Und ich meine 65 Leute, nicht 65.000 oder so. Okay? Äh, okay. Da ist es klar, dass man auffällt. Aber Mainz hat, glaube ich, 150.000 Einwohner. Glaube nicht, dass du dann der Masse auffällst. Das hat er auch gedacht, als er nach Frankfurt gefahren ist. Hat nicht funktioniert. Gerade der Mainzer Hauptbahnhof ist so ein wichtiges Drehkreuz, da laufen tausende Menschen pro Minute über dem Bahnhof. Ja. Da wird garantiert einer dabei sein, der kennt. Das war auch für mich so ein Ding. Warum ist Rainer nicht auf Madeira? Ganz einfach, er wurde nicht am Flughafen gesichtet. Fertig. Würde er irgendwie nach Madeira fliegen, wäre er am Flughafen gesichtet worden. Da fällst du garantiert nicht auf. Und wenn ich dich dann direkt vom Bahnhof abhole in einem Auto, sieht dich unter Garantie niemand. Ich habe mehr Abonnenten auf YouTube. Oh, aber ich möchte nicht diese Reichweite. Ich finde es doof, wenn man mich prominent nennt. Ich habe mehr Abonnenten als ihr Einwohner. Lill. Nürnberg ist größer, aber da bin ich auch aufgefallen. Ich bin über 1,90 groß und etwa 160, 170 Kilo schwer. Wir wissen, dass das Dach vom Ford Ranger 1,81 Meter oder so ist. Und Rainer ist kleiner. Er ist kleiner als das Dach. Und er zählt weiter von 190 Kilo. Äh, 190. Junge, ich bin auch fertig. Ich bin komplett fertig. Er redet von 1,90 Meter. Er ist nicht mal die 1,81,5. Und 160, 170 Kilo? Ja, klar. Vor 5, 6 Jahren. Das Ding ist durch. Aber das weißt du, A, denke ich. Ach, übrigens. Ich bekomme keine Antwort mehr vom MDH-Support. Denke, mein Account kann ich vergessen. Ja, Pech gehabt. Hallo? Hey. Sorry, hatte eben einen Anruf bekommen und der ging länger als mir lieb war. Du meinst wegen der Einwohnerzahl von Mainz? Ui, da bist du ja ein Riese. Ja. Es steht gerade hier, ich habe mehr Abonnenten auf YouTube. Du meinst wegen der Einwohnerzahl von Mainz? Und ich bin 1,90 groß, 160, 170 Kilo. Ui, du bist ja ein Riese. Nee. Oder nicht. Wieso schreibst du mir, wie groß und wie schwer du bist? Ja, wieso? Oh, das tut mir leid. Warte doch mal ab. Der Support von MDH ist echt klasse. Ich kann wirklich nichts Schlechtes über den sagen. Aber manchmal brauchen die ein paar Tage. Ich falle auf, deswegen. Troll, das war falsch vorgelesen. Natürlich ist da kein Satzzeichen, aber die Antwort war, wieso schreibst du mir, wie groß und schwer du bist? Ich falle auf, deswegen. Verstehst du, Bruder? Verstehst du? Bisschen mehr Einsatz, Junge. Bisschen mehr Einsatz. Das nochmal. Ja, und? Drama, Baby. Drama. Und? Tu ich mit meinen 1,84 dann auch? Ohne Absätze. Oh, 1,84. Hallo? Ja, das wäre lustig. Das wäre lustig. Wenn Rainer erzählt, hör mal, ich bin 1,90. Dann wird sich getroffen und Raini ist kleiner als sie. Das wäre ja schön. Ja, aber hinter dir enthater nicht her. Du hast gemeint, ich würde in der Masse untergehen, aber das weiß ich und denke ich nicht. Deswegen die Grüße und Gewichtangabe. Hä? Hier gibt's genug Leute, die über 1,90 groß sind. Ja, und Rainer nicht. Deswegen fällt er wahrscheinlich auf. Wer ist denn der Kleini? Der Kleini-Reini? Also, du hast geagt, ich würde in der Masse am Bahnhof in Mainz sicher nicht auffallen. Er schreibt denn wirklich vorher Seufz. Und dann also. So richtig oberlehrermäßig, Junge. Wenn so was einer schreiben würde, wärst du sofort auf der Bannablockliste, Bruder. Ja. Ich sagte doch, weil ich groß und auffällig bin, dann meinte... Vor allem auffällig. Du mit deiner Größe fällst du auch nicht auf. Aber hinter dir sind ja keine Hater her. Ergo spielt es da keine Rolle. Ah, sorry. Ich glaube, ich hatte einen Wein zu viel. Oder zu wenig. Bei mir aber ist das gefährlich. Ich hab's jetzt verstanden. Glaube ich auch. Ja, ich bin ja oft in Spanien und ich kriege vom Vater meines Chefs immer seinen tollen Rotwein geschenkt. Kann man hier wirklich ganz gut trinken. Gerade so aus dem Norden. Nordosten, die haben doch einen sehr guten Weißwein. So kurz vor Portugal. Äh, Nordwesten ist das. Entschuldigung. Ich bin auch ein Dulli. Da gibt's ein sehr gutes Weißwein am Baugebiet. Aber es gibt auch sehr, sehr viele gute Rotweine. Ja, hast du erzählt. Das muss wirklich furchtbar sein für dich. Ist es auch. Ich fühle dich von mir ganz festgedrückt. Wenn du mich festdrückst, gib mir noch das Messer in der Hose. Junge, jetzt ohne Spaß. Das gibt's doch nicht. Schon wieder, Michi, Michi. Da ist grad... Oh, es tut mir so leid für dich. Ich verstehe dich. Ach ja. Das ist nicht so schön. Und wenn du mich drückst, gib mir das Messer in der Hose. Oh, schön. Michi, in den Finger rein. Junge, da krieg ich ja gleich zu viel. Pass auf. Du bist süß. Danke. Du bist auch süß. Aber das mit dem Messer ist verwirrend wieder. Ich bekomm den Harten. Hey, aber wenigstens geht's dir ein bisschen besser. Naja, wenn ich an kommende Woche denke und hoffentlich mich mit dir treffen kann, klar. Ja, Rai, bist du dir denn sicher? Da kommt jemand, die ist in 1,84. Ohne Absätze. Ja? Verstehst du? Ich freu mich schon drauf. Und jetzt sind hier Bilder. Jetzt schickt er Bilder von Bananen und Wassertropfen. Ja. Was ist das? Na, Bläschen. Oh, sie zeigen, dass du nass bist? Vielleicht. Okay. So, so. Würde dich gerne sehen und anfassen. Es geht schon wieder los. Es geht schon wieder. Gubblem, Arnie. Gubblem. Ich wäre auch jetzt lieber bei dir. Wenn du es wärst, würde ich dich gerne in den Arm nehmen, dich küssen und vor allem befummeln. Befummeln, das ist vor allem. Vor allem erstmal schön einreihen befummelt. Mit dem Finger. Vielleicht in die Michi-Michi. Klingt schön. Ja. Würde Six erstmal küssen auf Wange, Mund und Hals. Hm. Ja. Und dann? Dann würde ich mich um deinen Rücken kümmern. Schon streicheln. Während ich dich im Arm habe. Junge, das sind so viele Rechtschreibfehler schon wieder. Immer wenn es dazu kommt, werden die Rechtschreibfehler verdoppeln die sich. Würde dann schön dein BH, falls vorhanden, aufmachen. Würde dann meine Hände über deinen Po wandern lassen. Vielleicht in den Klaps. Dann? Vielleicht aus Versehen, Finger in die Michi. Dann würde ich meine Hand unter dein Oberteil wandern lassen. Und dann? Ja, und dann? Was machst du, während ich deinen Rücken und Puh streichel? Sie versucht nicht nach Hilfe zu schreien. Ich mache es mir langsam mit der Hand und feuchte sie selbst mit meinem Mund an. Wenn wir zusammen sind? Schon wieder. Wenn falsch geschrieben. Das verstehe ich auch nicht. Was machst du, während ich deinen Rücken und Po streichel? Ja, mache ich hier Finger in Michi. Während wir zusammen sind? Du hast doch gerade gefragt, was machst du, während ich das mache? Jung. Ja klar, wieso nicht? Okay, dachte du würdest vielleicht mich anfassen. Wie soll das denn gehen? Wie soll das denn gehen? Hast du mal gesehen, was da bei dir alles im Weg ist? Hä? Denk mal drüber nach. Oh, glaub mir, wenn ich feucht genug bin, dann bin ich Rage und dann werde ich dich anfassen. Ich muss leider kurz, ich, sorry, weg. Oh, echt jetzt? Sorry. Was ist denn los? Hater haben anscheinend rausgefunden, dass ich in Ingolstadt bin. Jetzt ist hier gerade die Hölle los. Muss das Hotel jetzt verlassen und weg. Also, muss jetzt organisieren. Ey, wer weiß, was er jetzt wirklich gemacht hat? Wir wissen, das ist nicht wahr. Das wissen wir. Sorry, blödes Timing, vor allem um die Zeit. Ich denke, ich fahre zu einem Freund, aber muss das jetzt klären. Der wohnt in Ansbach, ist aber aktuell hier um die Ecke meiner Freundin. Tut mir leid, werde mich wohl erst morgen wieder melden. Tja, was ist jetzt wohl wirklich passiert? Hat jetzt auf einer anderen Seite eine andere Mulle geschrieben? Man weiß es nicht. Jetzt? Hat Marion gesagt, erinnert jetzt Internet ab. Aber wie ging das denn jetzt? Weiß ich nicht. Und was machst du jetzt? Scheiße, ich mache mir gerade Sorgen um dich. Pass bitte auf dich auf. Also, Kumpel erreicht. Er war schon weg, aber kommt nochmal zurück. Klappt also alles. Alles gut, mach dir keine Sorgen. Gute Nacht wünsche ich dir. Tut mir leid. Ist okay, pass auf dich auf und schreib mir, wenn du sicher angekommen bist. In Ansbach. Wenn ich dran denke? So, weißt du? Nee. Wenn ich dran denke. Heißt auf Deutsch, bist mir komplett egal. Okay. Guten Morgen. Bin gut in Ansbach angekommen. Er hat ihn nicht geschrieben, als er in Ansbach angekommen ist. Und jetzt erstmal da. Musst du dafür zwar meinen Kumpel heute Nacht noch bespaßen, aber gibt Schlimmeres. Wie lächerlich, wie lächerlich, Junge. Es ist so lächerlich. Dass der sich einfach an Schwachsinn ausdenkt. Nee. Nee, ich möchte das nicht. So, was ist für Wirklichkeit passiert? Er war wahrscheinlich einfach müde, wollte schlafen. Hat sich aber irgendeine Spionage-Story ausgedacht. Morgens um Viertel vor zehn wacht er auf. Hab mal einen Kumpel. Ich glaube, Spaß. Na klar. Glaube ich sofort. Okay. Keine Antwort. Habe ich was Falsches gesagt? Hey, alles gut. Hab nur lange geschlafen. Wie geht es dir? Letzt arbeiten heute. Heute ist Feiertag. Passt schon. Da sagt er wirklich... Junge. Musst du nicht arbeiten heute? Ja, heute ist Feiertag. Wo soll Rainer das denn wissen? Naja. Dann hätte man sich heute gut treffen können. Ja. Du hättest ja hinfahren können. Dann erhol dich mal gut. Bist du jetzt sauer? Du weißt schon, dass ich morgen wieder arbeiten muss, oder? Wie gesagt, Rainer hat da kein Verständnis für andere Menschen. Der ist da einfach nicht drin. Nee, bin nicht sauer. Rainer hätte auch hinfahren können. Rainer hätte irgendwas machen können, aber nein. Sie muss. So, und wenn sie morgen arbeiten muss, ist das ihr Problem. Nicht Rainis. Aber... Kein Aber. Okay. Was machst du denn Schönes, beziehungsweise was hast du heute noch so vor? Wo bist du denn genau? Nur in Ansbach? Freut mich übrigens, dass du gut rübergekommen bist. Okay, keine Antwort. Hätte sie jetzt noch ein paar Stunden gefragt, ein paar Stunden gewartet einfach. Und dann gesagt irgendwie, wie ist das Wetter in Nürnberg? Wetten hätte gesagt, irgendwie heiter bis wolkig. Sie hätte nur ein paar Stunden warten müssen. Dann hätte er schon wieder vergessen, dass er gesagt hat, er wäre in Ansbach. Sorry. Musste gerade... Nee, warte mal. Hat der nicht gesagt? Hat der nicht gesagt, der Kumpel wohnt in Ansbach, aber die sind bei einer Freundin um die Ecke? Ach Junge, ich bin gleich raus hier. Ich kann nicht mehr. Mein... Nee. Ehrlich. Was erlebt hast du? Das Gleiche wie immer. Verstecken. Oh, haben diese Idioten wieder gefunden, oder wie? Nee, aber gestern, ja. Ja, das hast du mir erzählt. Hoffe, du bist gut angekommen. Finde ich übrigens toll von deinem Freund, dass er dich mitten in der Nacht noch geholt hat. Dafür musste ich ihm aber dann noch einen blasen. Junge, was für ein Schwachsinn. Ist schwul oder bi? Gay. Okay. Also hattet ihr viel Spaß letzte Nacht? Naja, geht so. Ich war recht k.o. Junge, ich will das nicht. Wieso nur geht so? Na, zum Blasen hat's ja gereicht. Lol. Lol. Als er mir dann noch einen geblasen hat... Ja, genau. Genau so ist es passiert. Halt doch einfach. Dann bin ich fast eingeschlafen. Jaja, genau, genau, genau. Halt halt. Junge. Und als er sich dann draufgesetzt hat, war ich schon weg. Klar. Klar. Genau so ist es passiert. Ups. Haha, kann passieren. War ja auch mitten in der Nacht. Ja. War mir auch nicht böse. Meinte er, hat er gar nicht gemerkt. Und scheine wohl auch gekommen zu sein. Ja, klar. Natürlich. Junge. Nee. Nee. Komm. Nee, will ich nicht. Na dann. Was machst du gerade Schönes? Zeitdoksalden. Ja, Zeitdoksalden. Wie immer. Zocke. Arg mal wieder. Zocken. Fressen. Und... Okay. Spielst du das online oder offline? Off. Das macht ja überhaupt keinen Sinn, oder nicht? Ah, okay. Was treibst du in deinem freien WE? Leute, ich... Nee. Ehrlich, ich merke gerade, wie ich... ...ein bisschen schlechte Laune kriege. Ich wollte heute so eine Viertelstunde, 20 Minuten, wollte ich ja länger machen, ey. Aber ich kriege wirklich schlechte Laune und ich will das nicht. Le... Äh, Leute. Wir sind uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Wir haben die Hälfte geschafft. Etwas mehr als die Hälfte haben wir geschafft. Leider ein bisschen nur noch. Wir schaffen das zusammen. Tschakka. Wusa. Gut, Leute. Werdet oder bleibt gesund. Passt gut auf euch auf. Ganz, ganz viel Liebe an euch. Metal off. Boah. Da war, ihr fed